Ah, okay, gut. Alles dasselbe. Hm. Dann hoffen. Okay, machen wir mal einen Frostbiss mit rein. Ihr da, äh, Bürger, der Zutritt ist hier verboten. Ihr behindert die kaiserliche Staatsgewalt. Also werdet ihr zur Strafe ein Bußgeld von, sagen wir mal, 100 Goldstücken bezahlen. Er damit, Bürger. Er kriegt auf alle Fälle kein Geld von mir. Na schön, wenn ihr kein Geld habt, bezahlt ihr mit eurem Leben. Ihr Haus solltet ein wenig, wenn ihr das aufbaut. Moment mal. Ist das jetzt explodiert schon? Oh, Gott. Sterb, 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 sterb. Jetzt hab ich keine Manu- Hey, immerhin hab ich den. Wow. Ach du Scheiße. Ah, wo ist mein Leben, wo ist mein Leben? Gift. Nee. Hier. Ey, nein, ich springe die hoch. Meine Güte. Die sind echt sehr, sehr, sehr hartnäckig. Also, die Rüstung können wir mitnehmen. Den Helm auch. Alter. Ey, wirklich. Magier sind das gemeinste in dem ganzen Spiel. Ob man selber ist, als Magier fährt nichts gut. Echt schlimm. Okay. Was hat man hier... Nochmal so eine schwere Rüstung. Und nur Streit-Axt. Und... Komisch. Mann, ey, man will doch nur nicht sein. Was ist denn mit denen? Wieso liegen die so komisch da? Was ist das gemein, ey? Die haben einfach so kaiserliche Soldaten gekillt. Ohne Grund. Das ist ganz gemein. Oh, ähm... Wo ist Heilung? Heilung ist hier. So. Okay. Also, ich tue jetzt einfach mal so, als ob das hier der Weg nach Hochrotgar wäre. Ich hoffe es zumindest. Obwohl es dachte ich nur so eine Art... Weißflusswacht. Und... Ey, wie soll ich denn bitte hier nachkommen? Das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Ach, jetzt habe ich schon wieder so eine Holzschale mitgenommen. Egal. Wirds nächstes Mal verkaufen. Könnte ich irgendwas kochen? Nee. Alter, ich sehe übelst komisch aus in dieser Robe. Echt übelst komisch. So schlimm. Okay. Ich hoffe mal, ich habe Hellsehen noch irgendwo. Hier weiß ich. Okay. Ich hoffe, ich komme hier auch richtig an. Ach, Hochrotgar. Bitte, bitte, bitte. Sei der Richtige. Aber echt schlimm. Ohne gutes Equipment ist man ja total aufgeschmissen. Das finde ich nicht so schön. Normalerweise müsste man ja... Ja. Ah, wer ist das denn? Raucht ihr etwas? Leibwächter. Warum gehen wir überhaupt auf eine Hochzeit in so einem abgelegenen Winkel des Kaiserreichs? Was? Bitte. Ich habe euch gesagt, dass es sich um die Hochzeit von Vitoria Vicky handelt. Einer Händlerin mit vielen Verbindungen... Beläste ich mich nicht, Bauer. Ich habe eine lange Reise hinter mir und für diese Geschenke zu viel Geld bezahlt, um zu spät zu Vitorias Hochzeit zu kommen. Gerne, wenn wir es bis dorthin schaffen. Hoffentlich stimmen diese Geschenke sie milde, sichern das Importgeschäft und verschaffen uns eine Audienz beim Kaiser. Aha. Kommt denn ein Wolf bitte zu Amethyst? Ich muss einfach so auf dem richtigen Weg sein jetzt, sonst wäre es blöd. Ich will doch nur da hoch. So, aber wo bringt mich das eigentlich hin? Ah, das ist der Weg. Der fährt hier runter, hier rüber, bis hier... Nein. Oder doch. Wohin führt mich bloß dieses Hellsehen? Aber hier scheint der Weg... Ah, dort geht es also lang. Obwohl, das ist so ein Weg gegen Süden. Ich muss aber nicht zwingend nach Süden. Jedes Mal bringt es mich hier vor... Ja, eigentlich brauchen wir... Ja, okay, für manche Zaubersprüche brauchen wir halt ein großes Maximal-Magiker. Aber ab einem gewissen Punkt ist eigentlich nur noch Magie-Regeneration nötig. Ja, sonst bringt es ein wenig. Ist doch scheiß Ort. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ja, ich bin hier sowas von richtig. Wenn Hellsehen nur noch so viel... Naja, Manna fressen würde. Wenn eigentlich nur aktiviert werden müsste. Das wäre schön. So müsste man jedes Mal zwingen. Zwingen, zwingen. Ah, anscheinend geht es über Helgen. Da, wo... Habe ich irgendwo gerade ein Wolf gehört? Einscheinend nur... So eine Ahnung. So... Die Füchse lassen wir in Ruhe. Die tun uns ja nix... Ach du Scheiße! Ach, ein Hund? Äh, was macht ein Hund hier? Ein Hund gehört doch zu einem Herrscher. Okay. Wir haben hier eigentlich eine... Oh. Aha. Hier war also die goldene Klaue. Lass mich in Ruhe, Doggy. Der arme Hund. Hat bestimmt sein Herrscher verloren. Meine Güte. Ah, jetzt weiß ich immerhin, wozu so eine Markierung auf der Kaffee gut ist. Damit man mit Hellsehen irgendwie da hinkommt. Ich hätte natürlich schon nach Helgen reißen können, aber... Hätte ich schon ahnen können, dass es mich hier hinbringt. Ach du Scheiße! Bin ich denn ein Helgen? Ja, ich bin ein Helgen.